So, YouTube. Hallo, hallo. Willkommen zu Worker & Resources. Ja, ich habe mal die Zeit ein ganz kleines bisschen vorwärts laufen lassen bis Juli 86. Inzwischen sind die Schienen fertig. Es hat gedauert. Es hat ewig gedauert. Die Schienen nach hier, aber auch nach hier sind endlich da. So, das bedeutet, wir können zum einen Züge fahren lassen. Dann endlich das erste Mal richtige Züge seit Jahren. Dann können wir unsere Kohle in Betrieb nehmen. Wir haben die Autobahnbrücken gebaut und wir wollen hinten den Schrottplatz planen. Das sind so die großen Themen, die wir haben, damit wir die Fahrzeuge hier setzen können. Ich glaube, das ist wirklich mit dringend. Pflanzen sind genug drin. Stoff kommt nicht genug rein, weil die Autos nicht genug liefern. Das sind unsere Hauptsorgen. Wir können nochmal gucken. Keine Pandemie. Wir haben nichts zum Forschen. Hier können wir auch noch nicht forschen. Wir forschen irgendwas. Luftverkehrsstelle. Wir haben die Geheimpolizei. Da können wir wenigstens mal hier auf 45 stellen oder so. Und ja, die können wir mal weiter fahren lassen. Wobei die wahrscheinlich auch noch Treibstoff braucht. Das müssen wir auch noch einrichten. Aber wir sehen schon, also das hier ist wirklich das größte, größte Problem, was wir lösen müssen. So, aber zuerst Züge. Bevor wir irgendwas anderes machen. Züge. Neues Fahrzeug kaufen. So. Es gab hier doch diese Zugverbunddinger. 330 Passagiere. Klingt gar nicht verkehrt. Oder machen wir einen Einzelzug? Was findet ihr immer besser? Ich bin eigentlich ein Fan von diesen Fertigzügen. Ich bin aber auch ein Fan von... Ähm... Von Einzelzügen. Wobei ich sehe, ich kann... Elektrisch kaufen will ich nicht. Den Zugverband. Gleisbau und die Lokomotive. Aber wo konnte man die Waggons kaufen? Oh... Aber ich habe das ewig nicht gemacht. Wie schnell fährt die denn? 95, 97. Was haben wir noch? Den Tunnelbau, den haben wir schon. Die Waggons muss ich an der Grenze abholen. Ah, danke. Das ist ein wichtiger Hinweis. Das habe ich echt ewig nicht mehr gemacht. Stimmt, da hatte ich die gesehen. Das ist... Wann haben wir das letzte Mal geguckt? Wegen Zügen. Und haben angefangen zu bauen? 1972. 1972. Ja gut, hat ja nur 14 Jahre gedauert hier. Güterwaggon. Nee, wir brauchen... Frachtlohre. Nee, wir brauchen... Es gibt so viele geile Sachen, aber es ist auch teilweise zu viel, nicht? Müllwagen. Nein, offene Lade... Passagierkabine. Personenwagen. Passagierkabine. Ach, das ist das. Nee, Personenwagen ist das. Nee. 115, 115, 110, 155. Hiermit ist man natürlich ein bisschen flexibler. Hm. Also danach, da hinten wollen wir wie viele bringen? 500 oder so. Der andere kann 330. Der Zugverband. Jetzt bin ich so ein bisschen... Hm. Und er fährt nur 80. Länge 77 Meter. 24, dreimal wären 60. Okay, sind auch drei mit Zug. Hast du die Länge deiner Züge überall mit eingeplant? Absolut nicht. Deswegen würde ich, glaube ich, mal mit so einem kleinen anfangen, der dafür schneller fährt. Ich und einplanen, das wäre was, dann würde es ja funktionieren. Wir sind zum Scheitern geboren. Ich finde den hier eigentlich am spannendsten. 155 Passagiere. Und 27 Meter. Komm, wir holen den. Und dazu brauchen wir noch eine schöne Diesellok. Und welchen nehmen wir da? 17 Meter. 37, 19, 17, 22. 7 Meter. Klingt doch gut. Nee. Motorleistung 169. Ist ein bisschen wenig wahrscheinlich. 933. 1.500. Eine M62. Dann können wir zumindest noch was ranhängen. Fährt 100. Leer. Ich meine, wir haben das Geld ja. Ich nehme die einfach mal. Mal gucken, ob es klappt. Das wird wild. Natürlich wird das wild. Darum geht es ja. Und da fährt unsere erste, ja, sag ich mal, Lock Lock. Aber ich habe Wings in die Tanks vorgesehen. Natürlich nicht überall auf der Strecke. Aber zumindest an einer Stelle schon mal. Das wird also auch nochmal spannend, woanders die Tanks nachzuziehen. Oder auf Elektro irgendwann zu gehen. Wobei ich bei den Brückenteilen teilweise schon drauf geachtet habe, dass die Elektro haben. Aber natürlich nicht auf alles. Okay. Ich hätte, glaube ich, auch gleich sagen können. Hol das hier ab, nicht? Okay. Hole hier ab. Und. Beladen. Und. Ja. Danach ein Zugdepot, würde ich sagen. Und da haben wir unseren ersten Zugzug. Okay. Wir lassen ihn nochmal ins Depot fahren. Klacks. Da ist er da drin. Und. Das hier weg. Dann hängen wir den hier ran. Das kann ich. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe das halt vor drei oder zwei Jahren mal mit Zügen gemacht. Da gab es noch nicht den realistischen Modus. Aber seit wir im realistischen Modus waren, sind wir immer in irgendwas gescheitert. Beim letzten Mal war die Wirtschaft immer schuld, weil der Treibstoffpreis auf 3000 Rubel hochgegangen war. Ähm, weil das Spiel uns einfach, ja, eine Challenge geben wollte. Und wir hatten zwar gerade irgendwie, äh, zwei Millionen auf dem Konto extra und waren eigentlich im Plus. Und dann hat er den Treibstoffpreis so hochgebracht, dass wir immer pleite gegangen sind. Das haben die mit der Version 1.0 anscheinend nochmal gefixt und die Wirtschaft überarbeitet. Äh, sehr hilfreich. Und ich würde sagen, wir fahren von hier, wir laden Arbeiter ein und wir entladen sie hier und sagen, der erste Halt ist nicht erreichbar. Warum ist der nicht erreichbar? Die Baufahrzeuge sind doch auch dahin gekommen. Der kommt von hier. Weil er hier nicht automatisch wenden kann. Das kann natürlich sein. Okay, machen wir einen Trick. Äh, sagen wir, du sollst zum Zollhaus fahren. Und dann sollst du da hinfahren. Dann sollst du da hinfahren. Da wird schon super wild, nicht? Okay, und jetzt nehmen wir das Zollhaus raus. Und dann muss er eigentlich alles erreichen können. Weil man das nicht von alleine kann. Okay, wir fahren mit. Durch den Innenstadtdschungel. Oha. Willkommen am Bahnhof. So, und wir sehen, da passen noch zwei Waggons auf jeden Fall ran. Auch klasse wäre, die Arbeitskräfte ins Ausland verkaufen zu können. Das wäre auf jeden Fall gut. So, warum? Ah, weil er... Ja, aber das ist doch sein Problem. Weil er hier nicht auf die richtige Seite gefahren ist. Äh, okay, okay, okay. I see his problem. Okay, fahr mal bitte zum Hauptbahnhof. Da hätte ich den Zügen aber ein bisschen mehr Intelligenz zugewiesen. So, jetzt Hauptbahnhof wieder weg. Und jetzt im Treibstoffwerk. Oder ist das hier nicht richtig verbunden? Doch. Geht doch. Man muss alles manuell setzen, damit die Züge Intelligenz bekommen. Ich merk schon. Forschungsprogramm abgeschlossen. Sehr schön. Und dann fahren wir nochmal mit ihm zurück. Zack. Und noch mehr Arbeiter. Für unser Werk. Das ist doch gut. Auch wenn es jetzt nicht perfekt war, um den Zug einzurichten. Und das wird eine Quali nochmal nach hinten zu kriegen. Ich fände es zum Beispiel auch schön, wenn die Brücken... ähm, nicht so eckig wären, nicht? Sondern vielleicht ein bisschen... abgeflacht, abgerundet. Da könnten sie zum Beispiel auch nochmal ein bisschen was rangeben. Ähm, wartet. Wir können ja die Kamera wechseln. Zack. Durch unseren langen Tunnel. Durchs Nirgendwo. Das erinnert mich an die ersten, ähm... Äh, die ersten... Screenshot-Schoner hier. Bildschirmschoner hießen die. Die so schlechte 3D-Renderings hatten. Und da braucht man ein Studium für. Oh ja. Hör mir auf. Mit Chain, Vorkette, Hinterkette. Ich hab's versucht, diesmal simpel zu halten. Und die schienen halt so weit aufzutrennen, dass die sich nicht in die Quere kommen. So. Wie viel hat er mit? 19 Arbeiter. Alles klar. Und der Bus liefert auch noch Leute hin. Perfekt. Ja, okay. Ich glaub, die Busse hier hinten brauch ich gar nicht mehr. Wenn man sich das anguckt. Deswegen immer buddeln für Brücken oder zwei Seiten in den Berg schaufeln. Schade, dass es bei dir buggy ist. Ja. Also ich will's auf jeden Fall nicht nochmal probieren. Also ich will's auf jeden Fall nicht nochmal probieren. Wie gesagt, an der Stelle wollte ich's machen. Ich wollte hier nämlich einen Berg hin machen. An die Stelle. Ähm. Damit das hier oben ankommt und ich hier das Dreieck ein bisschen größer machen kann. Und jetzt hab ich's nur geschafft, das hier hinten hin zu machen. Und auch nur auf der einen Seite leider. Ich find's zum Beispiel auch, was mich ziemlich nervt, dass man nicht auf den Schienen, also ne, ne Brücke mit zwei Schienen auf einer Brücke haben kann. Oder auch da drauf dann halt einfach so ne Weiche, dass die wechseln können. Genauso bei ner, bei ner Autobahn, dass man hier nicht abgehen kann mit ner Straße. Da ist City Skylines ein bisschen flexibler, aber das ist auch das einzige, was es besser macht. Also Schienen hab ich da auf jeden Fall lieber gebaut. Hier fehlt zum Beispiel auch einfach, äh, zwei Pfosten. Die waren eigentlich da, aber nach dem Bauen waren sie weg. Und die Straße ist auch irgendwie nicht mehr genau da, wo der Pfosten mal geplant war. Weiß nicht, was ich da, äh, gemacht hab. Ähm. Okay, aber das war ja nur der erste Zug. Wir brauchen noch einen zweiten. Ich glaub, ich kauf die beide hier, dann brauch ich das gar nicht zusammenklamüsern, ne? Dann können wir direkt von hier starten. Ähm. Zug. Diesel-Lokomotive. Welche hatten wir gerade? Die M62, ne? Die war doch gar nicht schlecht. Ja. Und dann nochmal Personenwagen. Und da hatten wir den für 155. Da würd ich zwei jetzt von nehmen. Warum? Hä, nicht, äh, zusammenklamüsern ohne Depot, aber von hier direkt den Zug starten lassen, sodass er nicht zweimal fahren muss. Wie geht das? Wie geht das? Brandneues Fahrzeug. Äh, ja, weiß ich. Okay. Ich kann keine Route zuweisen. Also, einmal ins Depot. Dann kann ich ihm aber sagen, sofort belade dich hiermit. Entlade dich damit. Äh, drehen. Und dann spare ich mir nämlich die eine Fahrt vielleicht. Ey, 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 in Zollhaus. Äh, kann ich nicht sagen. Und dann, ich kann das auch nicht hinzufügen. Okay, er muss einmal hinfahren anscheinend. Schade. Das wäre halt so, ist auch so eine unnötige Sache, nicht? Der Zug muss erst da hinfahren. Okay. Und warum? Das ist irgendwie auch. Könnte man doch in einem Abwasch machen, wenn die Sachen da eh schon drin sind. Dass man die Zuweisung nur hier drin macht, okay. Ups. Na. So. Und der soll nur von diesem Bahnhof. Oh, der ist zu kurz, ne? Ah, dieser Standardbahnhof aus dem Spiel ist einfach scheiße. Egal. Zu dem hier fahren. Ähm, wir gucken einfach, was geht oder was nicht geht. Wenn ich... Jaja, ist nicht erreichbar. Ach, das ist auch kacke. Die ganze Zeit fährt er hier links rum, rechts rum, links rum. Aber wenn ich die Linie starte, dann kriegt das nicht hin. Äh. So. Großes Zollhaus. Dann da hin, dann dorthin. Kann mich nicht erinnern, dass es früher so kritisch war. Dass man da so rumwerken, zirkeln musste. Okay. Dann fahren wir mit ihm einmal mit. Stau, der interessiert uns nicht. Äh. Kamera, Kamera, Kamera. So vielleicht. So vielleicht. Das ist doch was. Die Leute einen überfahren, die darüber laufen. Bahnübergang. Auch alle tot. Vielleicht hatte ich es damals eindeutiger gebaut. Naja. Einzelne Linien mit Ausweichspuren. Würde ich aber nie empfehlen. Habe ich aber diesmal. Hä. Weil ich halt nur einzelne Verbindungen haben wollte. Und davor immer weichen. Wir sind da. So. Was jetzt natürlich ist. Äh. UI einblenden. Wir haben hier noch gar nicht gesagt, dass hier Leute hin dürfen. Aber dann dürfen hier Leute hin. Ab sofort. Nicht? Und der muss dann. Einfach nur. Äh. Darüber fahren. Und die ersten 14 Arbeiter. Kommen hier an und verteilen sich dann. Ähm. Warum sind da ausländische Arbeitskräfte aus dem Sowjetblock drin? Waren die noch in dem Waggon drin? Ja. 715. Hat er irgendwie mit eingekauft. Alles klar. Warum auch nicht? Hm. Das ist ungefähr genauso gut, wenn man einen Laden in Lkw kauft und der schon 0,1 Tonne Teer oder sowas drauf hat. Obwohl man das gar nicht möchte. Theoretisch müssten hier viel mehr Leute zur Arbeit gehen. zu diesem Bahnhof. Und das wird sich wahrscheinlich erst mal einpendeln müssen. Kohleärzt ist da. Ah, guckt mal. Wir haben schon 96 Tonnen Kohle. Es funktioniert. Die Kohle rattert nur so. Und wenn jetzt erst mal sich das einpendelt, wie hier jetzt die 400 Leute hinbauen, dann ist das hier alles, glaube ich, ganz schnell am funktionieren. So, und hier wo... Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe in der Planung. Wir wollten noch eine Zugladestation hier hinbauen. Für Schüttgut. Seilbahn, Schüttgut entladen, Schüttgut entladen Lkw, Schüttgut... B-Laden, Hafen, nee, Zug, Länge der Station 100, 123, 3000 Arbeitstage. Okay, okay. Genau, die soll hier nämlich auch noch ran. Ich weiß nur noch nicht, wie wir... Wie viele wir brauchen. Viel klingt aber doch okay, oder? Wir müssen ja nicht übertreiben. Hätte ich gerade bauen sollen, ich Idiot. Hab's wieder krumm gebaut. Ich hab das einfach vergessen, das Gebäude. Okay. Können eins von beiden kriegen wir gerade hin. Dann lieber den und die Straße. Den krumm. So. Und von da können wir dann nach hinten weg. Zum Hafen oder hier rum. Das ist dann alles egal. Sechs Gleise nur für Kohle. Sechs, sagst du? Ah, wir bauen vier. Zur Not baue ich noch später was an. Den Fehler müssen wir machen. Aber stimmt. Gibt bestimmt genug Industrien, die das brauchen. Aber dann haben wir's. Arbeitsplätze. Wir müssen... Wir haben 389 Leute, die auf eine Wohnung warten. Ähm, dann kommt jetzt hier die Feuerwehr hin. Und mir wurde gerade beigebracht, dass die Feuerwache... Diesmal wollen wir eine große bauen. Äh, was Spezielles hat. Und das wollen wir diesmal, äh, machen. Das heißt, wir bauen erst mal die Feuerwehr hier hin. Und wenn man im Einzugsgebiet der Feuerwehr jetzt einen Heliplatz packt... Äh, packt... Ach so. Dann braucht man natürlich die erforderliche, äh, Forschung Feuerwehr-Löschhubschrauber. Dann kann man, ähm, die beiden miteinander verbinden und hat ein Lösch-Heli. Das ist natürlich super. Ähm, das wird also auch noch kommen. Aber aktuell noch nicht. Okay. Feuerwehr haben wir. Die Straße hier ist ein bisschen komisch. Weiß nicht, ob ich die so... So einen Bogen... Aber andererseits, was soll ich auf der anderen Seite sonst hinbauen? Nicht wahr? Hm. Feuerwehr-Helis immer neben Wasser bauen. Ja, das nächste Wasser ist da hinten. Aber wahrscheinlich brauche ich eh keinen. Apropos Wasser. Man kann doch jetzt hier auch, äh... Gut, das geht, glaube ich, nur im... Editor-Modus. Wasser manuell setzen. Aber das zählt wahrscheinlich nicht. Okay, wir haben schon 500, 600 Tonnen Kohle. 19 Arbeiter. Wir können auf jeden Fall wesentlich mehr Arbeiter rein, aber... Ich bin erstmal zufrieden damit, dass wir die Kohle haben. Die Feuerwehr wird gebaut. Die Beladungsstation wird gebaut. Da sind wir also auch gut dabei. Und dann jetzt unbedingt die Schrottanlagen. Alles andere kann, glaube ich, warten. Und das Bonus. 600.000 haben wir letzten Monat weggemacht, weil wir für fast eine Million Züge importiert haben. Okay. So, Verschrottungsanlage. Auf jeden Fall die große. Was ich zum Beispiel richtig geil fände, das habe ich auch schon oft gesagt. Man setzt dieses Ding. So. Ich muss auf Pause machen, sonst kommen nicht gleich die Helis an. Und dass man das jetzt hier verschieben könnte. Im Planungsmodus. Dann könnte man sich erstmal die drei, vier Gebäude, die man zusammensetzen will, wie ein Lager, eine Straßenladestation hier zusammensetzen. Dann so schieben, bis es einem passt und dann verbinden. Könnte ja auch im Planungsmodus sein, nicht in diesem weißen Modus, dass das geht. Das wäre so viel entspannter als immer. Bauen, abreißen, Millimeter daneben setzen. Passt immer noch nicht. Abreißen, bauen, nochmal drehen, abreißen, bauen, drehen. Das wäre richtig cool. Genau. Gerade wenn man noch etwas noch nie gebaut hat, dann weiß man natürlich selten darüber Bescheid und muss erstmal gucken, was man alles braucht. Okay. Die Verschrottungsanlage, die habe ich aber schon mal gebaut. Ähm. Die brauchen Lager, nicht? Ein ganz normales Metallschrott und Aluminiumschrott und Müll. Genau. So, der Müll. Der konnte hier rein, nicht? Da konnten die beiden Lager ran. Der Müll konnte hier mit ran. Okay. Hier muss ein normales Lager hin. Okay. Das heißt, theoretisch müsste es höher. Da geht es nämlich jetzt schon los, nicht? Jetzt muss ich beide schieben. Das heißt, ich muss alles wieder abreißen, alles nochmal höher setzen. Das ist halt... Wow. Wow. Und vielleicht drehen wir das generell und spiegeln es. Aber das ist halt dann schon das Meckern auf hohem Niveau. Das muss man halt immer dazusehen, nicht? Das Spiel macht ja trotzdem 99% super gut. Aber die Kleinigkeiten kommen dann immer mehr zum Tragen, wo man dann sagt, ah, das wäre auch noch schön und das wäre noch cool. Und warum ist das nicht? So. Dann brauchen wir ein Lagerhaus. Wir haben sehr viele Fahrzeuge. Wäre vielleicht gut, wenn wir sehr viel lagern. 1280. Vielleicht dieses Warehouse hier. Das ist natürlich die Sache. Okay. Mit den Ausgängen, nicht? Warum sind die Schienen genau auf der Seite, wo auch die Ausgänge sind? Wo man sich auf jeden Fall zwangsweise blockiert, wo aber dann auch der Ausgang von dem Lager hier ist. Hm. Okay. Weil ich... Ich bin eigentlich ein Gabelstapler-Kondosseur. Ich baue eigentlich überall immer Gabelstapler dazwischen. Weil ich mag eigentlich diese Direktverbindung gar nicht. Weiß nicht, wie ihr das seht. Aber in diesem Spielstand habe ich es mal komplett gelassen. Und nur da, wo es wirklich nicht ging. Weil man um eine Kurve kommen musste oder so, wie hier. Da habe ich es dann mal mit den Dingern gemacht. Aber ansonsten haben wir immer Direktverbindungen. Aber früher hätte ich auch hier, nicht nur hier zwischen, sondern auch, weiß nicht, hier zwischen, hier zwischen, hier zwischen. Immer Gabelstapler gehabt. Also auch bei den Straßenladungsstationen. Auch hier und da. Ich finde das irgendwie... Das gibt noch ein bisschen mehr so einen realistischen Touch rein, wenn die ganzen kleinen Gabelstapler fahren. Aber ich glaube, die haben das Treibstoffproblem bei mir verursacht. Dass deswegen die Wirtschaft zusammengebrochen ist immer. Weil ich zu viel Treibstoff verbraucht habe. Das könnte durchaus eine der Sachen gewesen sein. Okay. Dann haben wir hier ein Lager. Und jetzt müssen wir einmal rum und zwei Außenlager bauen. Für, ich glaube, Schüttgut ist das. Bauschutt, Metallschrott, Aluminiumschrott. Und da weiß ich, da kam gar nicht so viel bei rum. Da reichen die kleinen. Also das, was ich hatte, das hat erstmal gereicht. So, der muss hier. Der kann an die Straße. Wäre cool, wenn die dieselbe Straße benutzen würden. Oh, nicht R. T will ich. Okay, dann müssen wir es aber ein bisschen runtersetzen. Vielleicht so. Na, die Straße soll da vorbeiführen. Das könnte zu eng sein. Nee. Perfekt. Das passt. Das geht auch. Ranfahren. Abfahren. Oh, nee. Jetzt geht das wieder los. Ich liebe es nicht. Ich mache immer mit dem UI auch so einen Trick. Ich mache das UI hier als Maßstab. Und dann weiß ich nämlich, wenn ich die Straße ziehe, dann brauche ich nicht immer das Maßband oder so rausholen. Nicht wahr? Ah, das nervt. Das macht mich hier einfach irre. Und egal, wie rum man das baut, man kriegt das Problem immer wieder, dass die Sachen nicht zueinander passen. Okay. Bis hier hin. Das ist nicht ganz gerade. Ich muss noch ein Stück tiefer damit. so, 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 ja, kann ich mit leben. Das letzte ist nicht ganz gerade, aber geht. Hallo, Starkwood. Weißt du, wo ich mit der Asche hin muss? Habe eine Müllkippe dran gemacht, aber dann geht die Asche nicht rein. Finde kein Lager für Asche. Ähm, Asche. Ich hatte Asche noch nie. Kannst du die verkaufen? Nee. Kannst du auch nicht verkaufen? Doch. Du kannst sie einfach verkaufen. Ansonsten Asche. Asche, Asche, Asche. Also hier nicht. Hier nicht. Plastikmüll. Ähm, bei den Müllsachen vielleicht ein Lager. In der Müllhalde. Gemischter Müll. Gemischter Müll. Gemischter Müll. Gemischter Müll. Manche Sachen kann man auch nicht lagern, aber ich hatte echt Asche. Kann mich nicht erinnern, dass ich Asche jemals hatte. Und wann habe ich sie über die Grenze gebracht? Ähm, wo ist denn das Freilager? Ist hier, ne? Da. Kohle. Ja. Du kannst das nur wegschaffen, wahrscheinlich. Ich. Namen. Asche verfliegt. Einfach liegen lassen. Ah, hallo Mutai. Das klingt ja interessant. Klingt nach einem Konzept, was wir in echt auch machen. Einfach liegen lassen. Die kann irgendwo rein, die geht da über die Zeit dann weg. Okay. Anscheinend einfach. Ja, irgendwo rein machen. Einfach auf ein Auto laden und das im Kreis fahren lassen. Ich muss auch gestehen, ich weiß, manchmal weiß ich was und ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, dass ich das schon mal gemacht habe. Ich habe so ein Gehirn wie ein Sieb, das ist ganz schlimm. Aber so entdecke ich das Spiel jedes Mal neu. Und das, was mir beim letzten Mal klar war, ist mir beim nächsten Mal vielleicht schon gar nicht mehr so klar. Okay. Wow. Funktioniert gerade richtig gut, das gerade zu kriegen. So. Dann machen wir es so rum. Auf dieser Höhe. Auf dieser Höhe. Nein. Auf dieser Höhe. Ja. Immer noch nicht. Ist aber auch krumm und schief, die Straße, nicht wahr? So. Jetzt müssen wir nur noch die Dinger hier hinten rankriegen. Erstmal. Am besten mit denen, die nur einen Straßenanschluss haben. So was hier. Äh. Fußgängeranschluss natürlich. Straßenanschluss. Ja. Irgendwie. Irgendwie so. Wird schnell weniger. Das ist gut. Die ist in der Müllverbrennung drin. Und die ist voll. Ei, 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 ei. Ich habe einmal eine Müllverbrennung gehabt bisher. Und ich fand. Aber die haben sie nochmal überarbeitet. Die hatte echt Probleme mit den Ein- und Ausgängen. Ähm. Weil die Fahrzeuge sich ständig gegenseitig blockiert haben. Deswegen habe ich sie dieses Mal in dem Spielstand nicht gebaut. Okay. Die Straße hier funktioniert nicht. Weil da die Anflanschpunkte nicht passen. Probieren wir nochmal. So. Ja, besser. Kann ich akzeptieren. Okay. So. Schüttgut. Warnzeug. Müll. Hätten wir. So. Und das wird mir ein bisschen zu. Zu weiträumig. Ähm. Okay. Okay. Jetzt darf ich wieder. Bahnübergang nicht erlaubt. Das verstehe ich manchmal nicht. Warum er da anfängt zu meckern. Habt ihr das auch, dieses Bahnübergang nicht erlaubt? Okay. Gemischten Müll drauflegen. Normale Mülltonnen funktionieren nicht. Hast du auch oft. Okay. Dann ist das auch noch ein Problem. Kiesrecycling brauchen wir nicht. Plastikrecycling. Mülltrennung. Aluminium. Mülltrennung generell. Was macht Mülltrennung? Da kommt generell Müll getrennt raus. Bauschutt. Und Bauschutt können wir dann weiterverarbeiten. Metallschrott könnten wir weiterverarbeiten. Okay. Wir haben da oben ja die Lager. Aber die kann ich nicht weiterverwenden. Nicht? Es wäre also clever, wenn ich das hier mit dem Lager zusammentue. Funktioniert. Pump die Asche erst drüber, wenn die Müllverbrennung voll war. Okay. Ist ein Bug des Pausierens. Ah, da kommt der her. Okay. Das kann natürlich sein, damit die Hubschrauber nämlich jetzt nicht hinkommen. Weil ich alles ja noch plane. Okay. Also das hier ist doof. Also eigentlich ist es nicht doof, aber es ist auch doof. Jetzt haben wir die Straßen so schön gebaut. Und alles für umsonst, nicht? Das heißt, wir brauchen ein Außenlager, wo auch die Mülltrennung ran kann. Wir müssen halt aufpassen, dass die Fahrzeuge, die das anliefern, sich nicht gegenseitig blockieren dann. Wusste nicht, was Asche und der gemischten Müll fällt. Hätte ich auch nicht gewusst. Vor allem, weil es ja auch extra gelistet wird. Hm. Ja, das sind dann so manchmal die Spielmechaniken, die man auch wieder vergisst. Okay, dann machen wir das hier hin. Ach, da passt doch niemals die beiden Lager zwischen, oder? Ich plane immer viel zu, zu, ähm, eng. Die ganzen Sachen. Und ich suche mich immer zu Tode, wo die ganzen Lager sind. Schüttgutlager sind hier. Ich, ich hätte gerne einfach so einen Punkt Lager, wo denn alle Lager von den verschiedenen Typen sind. Das wäre super. Dann würde ich aber ein großes nehmen, oder? Hm. Okay, aber warte mal. Ich plane jetzt mal ganz grob, nicht? Also, wir brauchen hier zwei Lager. Ich reiß das eh gleich alles nochmal ab. Nur, ich muss erstmal wissen, was ich bauen muss. Deswegen sage ich so, ein Umschiebemodus wäre total genial. Also, wir holen hier Müll rein. Der Müll wird zu Müll. Das heißt, wir müssen irgendwie hier Müllcontainer haben, wo der reingeht. Weil der in Absatzcontainer geht. Okay. Äh, dann haben wir Bauschutt, Metallschrott, Aluminiumschrott, Plastikmüll. Das heißt, Metallschrott, Aluminiumschrott gehen da rein. Dann brauchen wir jetzt Bauschutt und Plastikmüll. So, den Bauschutt, der kommt dann in die Kiesrecyclinganlage. So, der kommt auch da drüber raus. Das Lager hat zwei Ausgänge für Schüttgut. Hat aber drei Schüttgutsachen. Wie soll denn das funktionieren? Okay. Das hat drei Schüttgutlagersachen. Aber ein Schüttgut. Äh, zwei Schüttgut. Hä? Ich kann das Schüttgut nicht mischen. Wie kriege ich das denn dann da raus? Nur mit Fahrzeugen dann? Wahrscheinlich, oder? Weil ich kann ja nicht über eine Schüttgutsache mehr als ein Gut laufen lassen, oder? Sobald eine Sache drin ist, sagt der, das ist drin. Ein Band für beide Rohstoffe. Aber, und dann im Trenner trennen, das geht? Das kann der? Das macht doch aber gar keinen Sinn. Er weckert doch immer, dass das dann gemischt wäre. Okay. Interessant. Das heißt, ich könnte hier einen Splitter hinmachen, in irgendeiner Weise. Und dann sagen, nach links das, nach rechts das. Je nach Lager. Finde ich irgendwie unrealistisch. Das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, nicht durchdacht. Mach doch einfach drei Ausgänge daran. Ich meine, warum hat das dann 15 Lagerausgänge, wenn es nur ein Lagergutausgang hat? Ist so semi-durchdacht dieses Gebäude für mich. Ja. Das führt einfach zu Fragen, die unnötig sind. So, okay. Aber dann kommt das hier hin. Dann brauchen wir ein Bauschuttlager. Dann trennen wir es irgendwie auf. Äh, Bauschutt war hier hinten. Dann nehmen wir nur ein kleines, so. Das heißt, Metall, Aluminium, bla, Bauschutt da rein. Und du kriegst jetzt was raus. Der kriegt gemischten Müll raus. Ne, der kriegt Kies raus. Okay, also noch ein Schüttgut Lager. Oh, Mann. Lager. Okay, also noch ein Schüttgut Lager. Und Müll muss ich manuell rausholen. Okay. Dann wäre Kies fertig. So, Plastik Recycling. Plastikmüll kommt in eine ganz normale Halle, nicht? Die da wäre... Die da wäre... Zum Beispiel die hier. Ne. Auch Freilager. Ah, auch im Freilager. Genau, da, Plastikmüll. Okay, Plastikmüll kommt hier hin. Ich merke, der Müll, da ist eine Wissenschaft für sich. Und so, da kommt Plastikmüll rein und Kunststoffe raus. Und Kunststoffe kommen, die kommen dann in ein normales Lager rein. Machen wir es erstmal so. Eieiei. Es wird nur ein Rohstoff gesendet und das abwechselnd. Ah. Okay. Ja, ich kann mich erinnern. Ich hatte das mal gebaut. Diese Schrottanlage. Und die hatte dann ein Problem, dass da noch 0,1 Tonnen von dem einen Schüttgut immer auf diesem Ding war. Und deswegen hat er das andere nie exportiert. Und ich konnte es halt nicht rauskriegen. Und er hat es halt auch nicht ins Lager fallen lassen, obwohl das Lager leer war. Oder fast leer war. Also der hatte dann 0,1 Tonnen Metallschrott irgendwie in diesen Dingern. Und deswegen kann ich exportieren Aluminiumschrott. Deswegen dachte ich, das geht halt nicht. Aber dann war es vielleicht ein Bug damals. So wie die Autos manchmal halt auch 0,1 Tonnen Teer drin haben. Und du wunderst dich, warum fahren die damit nicht rum? Oder holen ihre Sachen ab? Und dann siehst du, oh, du hast Teer. Wo hast du den denn her? Oder manchmal die Müllwagen, die dann auf einmal gemischten Müll haben, obwohl sie Bauschuh transportieren und so eine Sachen. Das sind so die Kleinigkeiten. Noch mehr nervt, dass ein paar gute Mods nicht im UI zu finden sind. Die muss man links im Mod-Reiter suchen. Ja, das stimmt auch. Kirchen sind so eine Sache. Ich baue gerne Kirchen, auch wenn man sie ja im Spiel nicht brauchen soll. Finde ich, gehören die für mich dazu. Und die vergesse ich dann immer zu bauen. Und dann, oh, ich wollte doch noch eine Kirche bauen, weil sie halt nur da drin ist. Wichtig, erst die Lager einstellen und dann die ersten Material ausfördern lassen. Ja, ja, ja. Das ist mir auch schon passiert. Dann hast du eventuell drei Lager für Bauschuhnen und für die anderen Rohstoffe kein Lager mehr. Das passiert mir ganz gerne hier beim Öl. Deswegen habe ich hier hinten zum Beispiel die Sachen erst gebaut, nachdem die Lager fertig waren. Äh, manche Sachen lernt man ja dann schon irgendwann. Ja, das mit den, dass der abwechselnd über dieselbe Förder-Schütgut-Dings, äh, was transportieren kann, war mir nicht klar, weil das hat bei mir sonst immer Probleme gemacht. Aber wenn das jetzt geht, umso besser. Müll. Okay, Müll. So, Kunststoff haben wir auch. Stahlrecycling. Das heißt, aus dem Metallschrott könnten wir Stahl machen. Aber es gibt auch Mülltrennung-Schrott. Okay. Die ist effizienter, nicht? Aber, äh, wenn ich mir den Müll angucke, dann steht da sogar, was der beinhaltet, nicht? Äh, wo habe ich denn mein Mülllager hier? Oder hier? Müll, Biomüll, brennbarer Müll, sonstiger Müll. Das heißt, ich bringe den Müll erst durch die generelle Mülltrennung und den, der übrig bleibt, bringe ich dann in die Schrotttrennung. Oder bringe ich den erst in die Schrotttrennung und der Müll, der übrig bleibt, bringe ich in die generelle Trennung. und Aluminium. Und wo bringe ich ihn zuerst hin? Zu Aluminium oder zu Metall? Hm. Und dann eine Aluminium-Recycling-Anlage. So, da kommt der Aluminium-Schrott raus. Äh, rein. Das heißt, wir kriegen dann Aluminium und wir kriegen dann Stahl. Die kommen dann wieder in normales Lager, nicht? Aluminium und Stahl, Freilager. Ja. Und dann haben wir noch eine Müllbehandlungsanlage. Da bringen wir unseren Sondermüll hin. Und den Rest, der übrig bleibt, der kommt in die Müllverbrennung. Puh. Okay. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir das ganz genau planen. Oder ich baue schon mal vor und ihr werdet das Endergebnis sehen, weil ich werde wahrscheinlich hin und her zöckeln. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.